Musik So meine Freunde und damit herzlich willkommen zum nächsten Achtelfinale. Heute Tschechien gegen Niederlande. Arsia mit Tschechien, aber denkt dran, Arsia hat mittlerweile 19.377.000 Spiele, aber er hat eine Woche nicht gespielt, deswegen sollte das fair sein. Geil. Fertig auf, ich jedes Spiel sage, dass du mehr Spiel hast. Angefangen aber mit 200 oder so, aber da sind wir immer bei 19 Millionen. Wohin aber, Wörderung? Es ist ein so tolles Stadion mit so viel... Neue Gebäude. Neue Gebäude. Aber für jeden Kick hier. Ja seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Oh. Oh. Da habe ich die Schingen drückt. Hey, ich wollte drei in die Mitte spielen. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ganz wichtig, dass er da zur Stelle war fairball. Er hätte nämlich gepasst. Ruf. 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 Du bist gut in Spanisch, ne? Krass. Ruf. 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 Cpcexte. Ruf. 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 wohin willst du denn es macht jetzt habe ich gemacht hat er sei niemals auf neun zuschauer nur fünf daumen nach oben durchdurch was sagt man das tun ach nein ich muss den ball annehmen alter ich denke manchmal kann er einfach so droppen und dann läuft das aber hast du aufnahme gerückt na sicher ja sicher bei der partie ja niederlande locker also wirklich locker also jetzt locker nicht weil ja es ist eine komische es kann auch sein dass die dann erst mal drei eigentore macht aber ich habe das auch so gesehen dass das ein vf von mir von dir war ja machen das tun ach ja was ist los mit mir jetzt war das tut meiner ich weiß nicht wie viele pilze bekommen denn normalerweise für 10 euro 150 einfach wie mein spieler einfach aufgehört mitzulaufen der 80 einfach nur 125 ich guck gleich mal 350 können wir reden das war so schön gespielt alter ich habe auch Peter Cech nachfolge was das war doch kein faul alter ich hab dich nicht mehr berührt doch alter doch alter stehst alter ja was hast du da gemacht alter du musst du doch mit 4 wegschlagen ich hab x gedrückt ja aber es ist zumindest der plan aber ich hab keine credits also Christ wir müssten nochmal gucken dass du vorher nochmal ein paar Sachen verkaufst du ich bin absolut pleite so reisigen reisigen die schlug dort lässt sich fängt über die mutsche für die Niederlande wer kommt also die Recken sind nicht schlecht ja aber viel zu bald Prozent Prozent eine Ecke wenn du nicht großartig in der Aufnahme rein Quatsch und jetzt nicht über den Scheißler was das soll mir das reden nein der soll nicht reden der Aufnahme soll realistisch ja okay halt die Fresse goes ja nee ich will mich schon konzentrieren BAM ja jetzt sind die Spieler kaputt gedreht nein nein ich schieb wo der war schön ja ich habe Pferde gemacht ich habe Torwart Binnen und Kunde und Pingu dood ist weg wieder durch diese Woche Lacki oder schön aber mein Torwart bringt auch nicht schnell zu erledigen durch ich kann auch Kein Bock. Oh, drin. Ein Tor. Gigi. G mit G. G mit G. G mit G.